anders kommt auch mehr schon auf ich bin schon zurück das darf nicht wahr sein wieder über 100 gb das könnte jederzeit mehr raus und ich will nur vor und doch mit was anderem auf nimm doch mit was anderem auf ja wenn wenn er sich dort beschwert und wieder kauft das ist eine neue fest Platte oder mit was anderem auf wahl er braucht hat mir jetzt ein trittschirmes aufnehmen man muss auch nachhaltig sein tritt schon der ehre anleiten Prozent bekommen sie hat das Spiel verlassen immer das was zum Beispiel ist das ist doch so ja es ist die Grunde hat nur festplatte mal ernsthaft ja also in einem Sack oder das der der Kind der zweite Formel um sein als es ist ein bisschen eine alte das hat 250 GB aber kein Eater hat das an einer Idee da würde ich glaube ich ein ganzes Game aufpassen eine Schöpfung für den Game Alter heute aber so zwei drei Gigabyte voll mit Material Ja wie machen wir das denn jetzt? So ich vorne, ich und Tarsat lenken vorne ab und ihr geht backbauen. Verbindung für den Herstellen, ja wirklich. Ich hoffe diesmal kann ich connecten. Ja, ich kann connecten. Bin ich echt ein bisschen Akku, ich weiß nicht. Jaaa. Nee, wer kämst du drauf? Ich weiß, was ich mich trage. Mir fällt's grad nicht auf. Ich mach den Schaden. Du bist grad nicht schwimmen als Martin. Echt? Ja. Martin, falls das für was. Jetzt wissen Sie. Jetzt wissen Sie. Danke. Oh. Ja, ich versuch mich schon wieder überziehen. Ach, mir abzulösen. So. Autsch, die Hülte macht da bitte mehr Schaden als für Sigmato. Oh, cool, ich mach ganz gut aus. Scheiße. Ja klar, wenn wir eben AFK und so. Aber ich hab den Hibitan Oli zum Tower braucht. Also zum... Maxus. Er ist zur Hüfte weg. Man zieht es durch. Der, der regt sich aber. Jo. Aber die Versalen kloppen immer noch drauf. Warum ich nicht den Schaden... Äh, die Ulti. Schutz der Vernichtung. Dornpanzler 3%. Ja, aber schau, was ich Versalen durchbracht hab. Ach sooo, Amumu hat seine Ulti gemacht. Ich frag mich schon, warum ich nichts machen konnte. Ich steh da so Apathisch in der Gegend drum. Äh, da, 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 da. Oh, da tanzt ein Kogmao. Ein Kogmao-Geist. Wieso tanze ich, wenn ich krepiere, ey? Ein Kogmao-Geist tanzt. Hahaha. So geil aus, Schatz. Die holen sich auch alle Tränke, ey, WTF. Also der Mordecai ist auf jeden Fall. Der ist schon voll equipped. Der geht auf Attack. Der uns geht auf Aps. Das ist unfassbar wie Eisenrad, der Gegner, der das Spiel hält. Boah, Schatz, den kann Garen oder der hat drei Sunfire. Also so spisch. Also eigentlich spiel ich den auch so. Also ich spiel ein bisschen anders. Die Magieschuhe, Naturgewalt, dreimal Sunfire und je nach Gegner. Aber da ist noch ein Leben, das berühmt. Ja, wieder. Wir leben alle wieder. Jetzt mal sammeln. Ja. Final Push, etc. Ja, Tazard ist jetzt nicht weg. Wo ich alle auf den Nexus kloppen, weil die haben ein bisschen viel geklaut. Mit Wegschubsen und Dingsterbums. Aber deren Guardian Angels sind alle auf CD. Die da trotzdem vorschlagen, alle auf den Nexus kloppen. Ich habe Maschine dafür macht die Ulti und hau's weg. Ja, wenn der Chris da sitzt. Ja, komm, es war Mumu und Alistar, komm. Er ist bei Karlihöfen. Jawohl. Ja. Da hat sich die eiskalten natzen lassen. Wunderbar. Das war perfektes Teamspiel von uns. Sie leben wahrscheinlich jetzt gleich alle wieder. Ja, ja, ich bin hier. Ne, ne. Das ist von der Minute weg. So, kommt ihr. Shen. So, alles einzeln draußen pecken, sonst wird das nichts. Wir haben auch keine Nerving Tower mehr. Wir haben jetzt nichts mehr, ne? Was wird denn? Wir haben den da um. Machen wir den da um. Machen wir den da um. Leute, ich brauch, äh... Ja, komm hier. Ich hätte da gerade ein Schild drauf, aber solange der drauf ist, kann ich Schild nicht tun. Ja. Ja. So, was wir macht haben. Ich hab's tatsächlich gewinnt. Der macht zu viel damage an mir, ey. Heht noch! Ich guck den nicht heilen, muss ich scheiße nicht sehen. Oh, wie schön ist der! Lass den los! Startsetzer hat wieder zu bleiben, bei dem aus Kaschanismus und gestern befruption. Oh mein Gott, dass wir das noch gewonnen haben! Oh, man, man, man. Tschüss, tschüss, Leute, so. Ciao, ciao.